Mein Sohn. Er heißt James. Kann ich ihm Hallo sagen? Tja, weißt du, James und seine Mutter, sie sind gerade nicht da. Sind sie zusammen unterwegs? Ich glaube schon. Dann geht es James sicher gut. Ja, bestimmt. Wohin sind sie gegangen? Ich weiß es nicht genau. Vermisst du sie? Oh ja. Und wie? Ich vermisse meine Mom. Ja, ich habe schon gehört. Sie hat viel zu tun. John? Was machst du denn da? Ich wollte nur mit Richard sprechen. Sag mal, das gibt es doch nicht. Und der macht das auch noch mit? Hey, hey, ganz ruhig. Er hat doch nur... Sie halten sich da raus. In dein Zimmer. Wir sprechen noch darüber. Unbekannt hat dir Daten geschickt. Nein, nein, nein! Schluss jetzt damit. Geh in dein Zimmer. Verdammt. Sie haben neue Cloud-Messages. Oh nein. Deine Eltern? Irgendwann musst du dich bei ihnen melden. Irgendwann. Ich muss jetzt meine Semesterarbeit fertig machen. Was? Nein, was? Was ist das? Das bin ich nicht. Das bin ich. Ist sie wach? Halbwach. Aber sie sollte uns nicht sehen. Irgendwas stimmt nicht. Lass es einfach zu, Kleid. Was ist los? Hat sie Angst? Wovor soll sie Angst haben? Herzschlag ist gut. Blutzirkulation. Wir pumpen Nanoliquide in ihr Gehirn und sie fürchtet sich. Verstehe ich gar nicht. Ich erhöhe die Sulpriddosis. Muss sowas wie Todesangst sein. Alles okay, Jeff? Wenn jetzt was schief geht, wer von den beiden bekommt den Grabstein? Das Original oder die Kopie? Die mit den 40 Prozent des Gehirns oder die mit den 60 Prozent? Der Plan ist, Grabsteine abzuschaffen, Jeff. Wehr dich nicht dagegen. Dir passiert nichts. Ich hoffe, Dr. Kurtz weiß, was er tut. Denn wenn nicht... Ich kann euch hören. Herr Gott, Ray. Tut mir leid. Wie läuft die Sitzung? Miserabel. Die Investoren wollen Ergebnisse. Oder sie knipsen uns bis Ende des Quartals die Lichter aus. Wie bitte? Ah, ich hasse diese Leute. Ich biete Unsterblichkeit und sie fragen nach dem Preis. 55 Prozent. Wer ist die Spenderin? Eine Studentin, Lydia Craig. Sie ist abgehauen. Obdachlos, kein Kontakt zur Familie, keine Freunde. Ich bin ein paar Minuten. 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 Ihr Gehirn wird mit Fremddaten überschrieben und sie hat Angst. Rätselhaft. Hast du eine Frage, Jeff? Dieselbe wie gestern. Was passiert in Sektion 1? Jeff. Arbeiten wir an einer Super-KI? Ich kann dir nicht alles erzählen. Es ist zu wichtig. Du musst dich gedulden. Sicher. Wie lange höre ich mir das schon an? Wir werden die Menschheit verändern. Wir werden sie erlösen. Erlösen? Wie denn? Ich sehe nur, dass wir Zombies produzieren. Und scheiß Roboter. Das ist doch krank, was wir hier machen. Die Menschheit ist krank, Jeff. Wir sind die Heilung. Trockenheit, Terror, Aufstände. Ein ewiger Rohstoffkrieg. Das sind keine Warnsignale. Das sind Symptome. Diese Welt ist schon längst unrettbar. Aber wir sind die einzigen, die das anerkennen. Wir bauen ein Rettungsboot. Ein Rettungsboot? Glauben Sie, dieser Arm war eine Rettung für mich? Als hätte ich Bleimuskeln. Eine chronische Sehnscheidenentzündung. Wir scheitern an einer verdammten Prothese. Und jetzt machen wir Hirntransfers? Der Arm ist deine Schlamperei, nicht meine. Hey! Jetzt ist sie hellwach. Erhöhe Sulpret auf 90. Sollten wir nicht lieber abbrechen? Der Aerotrain nach New York steht bereit. Das Boarding beginnt in Kürze. Sie haben neue Cloud-Messages. Guten Tag, Miss Craig. Hier ist Herminski vom Furthing & Sons Funeral Home. Nochmal wegen der Kosten für die Einäscherung ihrer Eltern. Als letzte Hinterbliebene sind sie, wie Sie bereits wissen, zahlungspflichtig. Wir gewähren Ihnen jetzt noch eine letzte Frist bis zum 12. Dezember. Danach müssten wir den Fall leider an unsere Anwaltskanzlei übergeben. Ähm, ja. Unseren Kontakt haben Sie und mein Beileid nochmal. Keine neuen Cloud-Messages. Die Türen werden geschlossen. Halten Sie Abstand. Und? Sie atmet. Sie hat's überstanden, Ray. Blutzirkulation, Herzfrequenz. Alle neuronalen Muster wurden übernommen. Zellstruktur. Hm. Was? Was ist los? Ihre Zellen stoßen die Implantate ab. Heißt? Sie bildet Knoten. Im ganzen Körper. Glückwunsch, Doktor. Ihr Rettungsboot ist ein Tumor mit einer Lebenserwartung von dreieinhalb Jahren. Die Investoren werden begeistert sein. Jeff, seit wann so fantasielos? Das ist der Durchbruch. Die nächste Phase wird alle Probleme beseitigen. Die nächste Phase? Ganz ruhig, Liebes. Keine Angst, okay? Wir machen nur noch ein paar Tests. Stellt sicher, dass sie sich nicht an uns erinnert. Und dann setzt sie in der Stadt aus. Jeff, kann ich kurz mit dir reden? Das war's. Wir machen nur noch ein paar Tests. Wir machen nur noch ein paar Tests. Ich kann es mir da. Was ist das? Kenne ich das? Hi, hören Sie, ich habe Hunger. Kann ich vielleicht... Was? Du hast kein Geld? Oder wie? Nein, nein. Zieh Leine. Die sandte Zieh Leine. Die sandte Zieh Leine. Die sandte Zieh Leine. Hallo? Hallo, ist da jemand? Was willst du von mir? Hau ab! Was willst du von mir? Was willst du von mir? Entschuldigen Sie. Hallo, können Sie bitte kurz aufmachen? Verschwinde oder ich rufe die Bullen! Hey, hast du ein paar Credits für mich? Sorry, ich hab selbst nichts. Hast du wenigstens ne Zigarette? Auch nicht. Solche wie dich sollte man totschlagen. Solche wie mich? Du weißt genau, was ich meine. Ich bin mir da. Ich bin mir da. Ich bin mir da. Ich bin mir da. Sieht irgendwie unheimlich aus. Also, ich lass mich in dem Ding nicht scannen. Naja, aber ein Ticket für die Kolonien? So schlecht ist das nicht. Was soll ich auf dem Mars? Hallo? Kann mir denn niemand helfen? Ist ja gut, ist ja gut. Ist ja gut, ist ja gut. Ich bin mir da. 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 Sie wohnen hier? Ja doch. Komm rein, Süße. Kann ich gehen? Na schön. Idioten. Was ist passiert? Was wollten die? Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Soll ich jemanden anrufen? Willst du... Ich kann nicht mehr. Okay, okay. Komm erst mal rein. Du siehst schlimm aus. Wie heißt du? Lydia. Okay, Lydia. Ich bin Angela. Also, was ist los? Was machst du hier? Ich muss mich ausruhen. Kannst du nicht nach Hause? Nein. Du lebst auf der Straße? Mhm. Komm, ich mach dir erst mal einen Drink. Besser? Viel besser. So, und jetzt erzähl. Oder willst du dich erst mal von dem Schreck erholen? Darf ich mich ein bisschen umsehen? Na klar, nur zu. Na klar, nur zu. Schön habt ihr's hier. Hier? Ich dachte nur, wegen der Jacke da... Er ist ausgezogen. Ach so. Die gehört Jason. Er ist ausgezogen. Im Sommer. Verdammt. Wieso weiß ich das alles? Die Jacke hab ich nur aufgehoben, weil... Ach, eigentlich weiß ich gar nicht warum. Entschuldige. Ich wollte dich nicht... Ist schon okay. Ich bin froh, dass er weg ist. Das klingt aber gar nicht gut. Schon okay. Tut mir ein bisschen weh. Sag mal, hast du vielleicht eine Schmerztablette für mich? Ja, irgendwo im Bad sind noch welche. Du bist müde, hm? Wo hast du letzte Nacht geschlafen? An dem alten U-Bahn-Eingang oben an der Straße. Und wo bleibst du heute Nacht? Willst du hierbleiben? Ich muss mich nur ein bisschen ausruhen. Erzähl mir nichts. Du bist total fertig, Süße. Du bleibst hier. Aber ich... Keine Widerrede. Du kannst auf dem Sofa schlafen. Das sind Mom und Dad. Ganz schön spießig, oder? Ich find's süß. Ich hab kein einziges Bild mehr von meinen Eltern. Ich hab alles gelöscht. Dann bist du wohl ziemlich wütend auf sie. Das war ich. Und jetzt bereust du's. Ich weiß nicht. Ja, wahrscheinlich. Du studierst? Mhm. Journalistik. Ich auch. Queens ist ne Müllhalde geworden. Mir gefällt's. Ich wäre froh, wenn ich hier wohnen könnte. Darf ich mich noch ein bisschen umsehen? Ja, sicher. Ja. Na, kriegst du ein Schreck? Meine Berufskleidung. Ich denke, du studierst... Na klar, aber irgendwie muss ich es ja finanzieren. Aha. Es ist nur Cybersex-Süße. Ich dachte, das machen jetzt nur noch Avatare oder Pods. Es gibt immer noch Typen, die ein echtes Mädchen sehen wollen. Ja? Ja. Ja? Ja. Ja? 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 Ja. Ja? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ist das Jason? Ja. Er sieht nett aus. Du kannst ihn haben. Ich brauche ihn auch nicht. Ach so. Du hast schon jemanden? Na ja. Du bist verliebt. So ähnlich. Na hör mal, das ist doch toll. Er weiß es nicht. Und er ist verheiratet mit Kind. Vielleicht kennst du ihn. Ich kenne ihn? Na, jetzt bin ich aber neugierig. Ich habe gesehen, dass du hier ein Bild von ihm liegen hast. Mach keine Witze. Warte, ich zeige dir das Bild. Ja, das ist er. Der? Das ist er? Das ist ein Schwarm? Du kennst ihn? Das ist Richard Nolan. In den hast du dich verguckt? Gefällt er dir nicht? Bisschen zu alt für dich, oder? Quatsch, wieso das denn? Und er hat eine Frau. Er ist ein Promi. Du bist obdachlos. Seine Frau ist ein Supermodel. Und ich mein, er kennt dich ja nicht mal. Oder hast du dich mal bei ihm gemeldet? Natürlich nicht. Was sollte ich ihm denn sagen? Na, dass du auf ihn stehst? Ich kann doch nicht einfach... Wieso nicht? Soll ich es für dich machen? Oh, untersteh dich, ja? Sie haben neue Cloud-Messages. Hey Süße, ich bin's. Du, es wird ein bisschen später mit unserem Cloud-Call. Ich wollte nur kurz Bescheid sagen. Ich küsse dich. Hey. Ich stehe gerade vor der Apotheke. Was brauchst du? Lass nur. Dieser Tee ist sowieso eklig. Aber er hilft. Ich glaube, ich gehe lieber mal wirklich zum Arzt. Aber nicht heute. Hab noch einen Kunden. Wer ist es denn? Dieser Creep aus Portland? Hör bloß auf. Ich hoffe nicht. Lass dir nichts gefallen, ja? Pass auf dich auf. Ja, Mama. Okay, bis später, Süße. Warte mal. Wie viel Miete hast du noch zu kriegen? 375 Credits. Guck nicht so. So viel ist es nun mal. Mach's gut. Küsschen. Wie viel Miete hast du noch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin mir nicht sicher, ich mach das hier zum ersten Mal Was magst du denn? Vielleicht kann ich dir helfen Ich möchte einfach nur mit dir reden, ohne dieses Ganze, du weißt schon Wie geht es dir? Ich weiß nicht, mein Mitbewohner hat sich heute aus dem Fenster gestürzt Das... Schon okay Ich kannte ihn kaum Schätze, die Arbeit hat ihn fertig gemacht Worüber willst du reden? Kann ich deinen Namen wissen? Ich meine, deinen richtigen Namen Ich bin Tom Ich heiße Lydia Hallo Lydia Es freut mich, dich kennenzulernen Hast du niemanden sonst, mit dem du reden kannst? Na, dich? Ich habe einen Freund Wir reden selten Er lebt in Seattle Wir arbeiten beide viel Danke Lydia, dass du mir zugehört hast Ich muss weitermachen Warte Du machst das nur Um mehr Geld zu verdienen, oder? Nein Du hast gesagt, du wolltest reden Also reden wir noch etwas Na schön Warum wolltest du meinen Namen wissen? Ich wollte wissen, wie du dich verhältst, Lydia Ist du dir sicher, dass du das mit deinem Mitbewohner verkraftet hast? Ja Ich mache mir keine Vorwürfe Es war seine Entscheidung Und das respektiere ich Warum ziehst du nicht zu deinem Freund? Oder er zieht zu dir? Unsere Jobs Wir können uns beide nicht festlegen Wir müssen flexibel sein Und wir wollen beide nicht unsere Freiräume aufgeben So, Schluss jetzt Wir schlafen nicht, Lydia Was? Wer schläft nicht? Mach was aus deiner Zeit, ja? So kurz, wie sie ist Pass auf dich auf Auf ihr Kontor wurde soeben Geld überwiesen Betrag 200 Credits Oh nein 200? Jetzt nicht Dieser Kontakt ist zur Zeit offline Keine neuen Cloud Messages Jetzt nicht Hey Darling Wie geht's? Hey, Crystal Was machst du hier den ganzen Tag? Auf dich warten Ich weiß Magst du mir den Gefallen tun und deinen Usernamen in Puppe ändern? Und was hast du jetzt mit mir vor? Wenn du ganz leise bist Erzähl ich dir, was mir in den Kopf kam, als ich an dich dachte Okay Shh Nein, nein, nicht sagen Leg dich auf den Rücken Woran hast du denn gedacht? Nein, das ist so nicht richtig Ich schicke dir ein Skin zu Nimm es an Vielleicht Leg die Arme an So Shut up Eine Puppe redet nicht Eine Puppe redet nicht Redet nicht Wie du da legst Fast so So künstlich Ich hab mal was gesehen über Klone Und jetzt drehst du dich auf den Bauch Nein Das ist falsch Ich sag's nochmal Damit du es auch wirklich verstehst Ja? Leg dich auf den Bauch Dreh den Kopf nach links Und hör endlich auf zu atmen Puppen? Atmen nicht Wofür bezahle ich dich eigentlich, wenn du nicht mal das kapierst? Was will ich auch von einer Puppe erwarten? Eine einfache Anweisung Dreh den Kopf Aber dazu taugst du nicht Mein Geld bist du eigentlich auch nicht wert Reicht für eine schlechte Bewertung Dreh zu bewerten? Also Dreh 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 Auf Ihr Konto wurde soeben Geld überwiesen. Betrag 400 Credits. Ein Monatsmieter. Immerhin. Was mache ich hier bloß? Ja, was genau war das? Hi Richard. Na? Geht's dir gut? Ach, naja. Du siehst nicht gut aus. Ist es wegen... wegen deiner Arbeit? Nein, ich bin nur müde. Wegen deiner Arbeit? Es ist Cybersex, Richard. Du kannst es ruhig aussprechen. Ich bin keine Nutte. Die Leute können mich nicht mal anfassen. Nicht physisch, vielleicht. Und was? Virtuell oder real macht für Richard Nolan plötzlich keinen Unterschied mehr? Ich will nicht streiten, Richard, aber deine Doppelmoral ist manchmal verwirrt. Ich kann dir jederzeit Geld geben. Das weißt du. Ja, denn dann fühle ich mich erst recht nicht wie eine Nutte. Lydia. Ich will dein Geld nicht, Richard. Ich komme schon klar. Ich brauche nur... Keine Ahnung. Eine kleine Pause. Von allem. Ich könnte vorbeikommen, wenn du willst. Ach komm, wir wissen beide, dass das nicht geht. Du wirst ja nicht deine Frau sitzen lassen. Weißt du, Lydia, unser Verhältnis ist sowieso nicht mehr das Beste. Tracy ist verbittert. Schon seit Ewigkeiten. Oh. Ja, ich meine, hier. Sieh sie dir mal an. Verstehst du, was ich meine? Die Narbe? Das war alles furchtbar, ja. Aber seit sie die Narbe hat, hat sie sich auch innerlich total verändert. Sie ist bitter geworden. Hart. Seit Jahren ist das schon so. Der Unfall ist doch Jahre her. Sollte sie nicht langsam darüber hinweg sein? Absolut. Sehe ich genauso. Und deshalb, weißt du, ich fühle mich nicht schuldig, wenn ich auch mal eine Frau ohne Narbe treffe. Das klingt furchtbar, oder? Ja, tut es. Ich weiß. Aber verstehst du, wie ich es meine? Ich denke schon. Ja. Also, wenn du möchtest, dass ich zu dir komme. Sehr gern. Jederzeit. Das wäre schön. Ja? Ganz so gut. Dann mache ich das. Ich suche eine Verbindung raus und melde mich zurück, okay? Okay. Ich freue mich. James? Tut mir leid, ich muss Schluss machen, Süße. Also gut. Ich bin jetzt gleich da. Perfekt. Jamaika Avenue war richtig, oder? Äh, ja. Nummer 23. Okay. Dann bis gleich. Ich freue mich. Ah, verflut. Flut. 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 Warum ausgerechnet heute? Spiel romantischen Song. Verdammt! Musik aus! Doch nicht das! Stopp! Hey! Richard? Augenblick noch. Das fängt ja gut an. Komm, dann nimm das. Na also. Das fängt ja gut an. Abdunkeln. Ich möchte aus dem Fenster schauen. Dämmerlicht. Hey, ich brauche Licht. Wie ist denn ein Ort? Wünschen Sie eine passende Beleuchtung? Ja. Geht doch. Namaste Lydia. Lass uns meditieren. Sie haben einen Wischikrupp platziert. Wollen Sie den Marschvorgang vorzeitig abbrechen? Ja, bitte. Na, endlich. Tut mir leid, ich musste noch. Ich lass dich jetzt rein. Verdammt. Ja. Hey, da bin ich. Fast pünktlich. Richard, komm doch rein. So. Ja, ähm, da bist du. Ich freu mich. Ich freu mich auch. Ich hatte mir die Begrüßung ein bisschen euphorischer vorgestellt. So mit Küssen und Umarmen. Was? Ja. Entschuldige. Ich bin ein bisschen nervös. Ich auch. Naja, wir fangen ja gerade erst an. Fangt nicht an! Wie, äh, war die Reise? Okay. Okay. Du hast ziemlich aufdringliche Nachbarn. Oh, wen hast du getroffen? Doch nicht Dyke, oder? Unrasierter Typ mit Hoodie, Mitte 50? Oh, ja, das ist Dyke. Vor dem musst du dich in Acht nehmen. Der verkauft Informationen. An die Cops, an die Klatschpresse, an jeden, der zahlt. Na, großartig. Er hat mich erkannt. Weiß auch, dass ich zu euch wollte. Hast du Angst? Wegen Tracy? Dass sie rauskriegt, wo du bist? Nein, nein. Hast du ein schlechtes Gewissen? Willst du wieder gehen? Wenn du Angst hast, dann geh. Ich hab keine Lust, den Abend mit einem Typen zu verbringen, der gar nicht richtig da ist. Nein, Quatsch. Natürlich will ich bei dir sein. Na gut. Eine Sache wäre da noch. Du musst zu Hause anrufen, richtig? Es geht nicht anders. Der Junge. Ich hätte es draußen auf der Straße gemacht, aber dieser Dyke... Ich verstehe das. Ich würde auch wollen, dass du anrufst. Soll ich kurz rausgehen? Du kannst auch hier bleiben. Ich gehe so lange ins Bad. Hey, ich bin's. Du, ich bin ein bisschen in Eile. Wollte nur kurz sagen, dass ich gut angekommen bin. Ja, alles in Ordnung soweit. Du bist ein gutes Hotel. Nein, nein. Ich mache nichts mehr. Ich gehe gleich schlafen. Bin fix und fertig. Mit James alles klar? Gut, gut. Gib ihm ein Küsschen. Du Heuchler. Ich muss jetzt. Ja, ja, natürlich. Ich liebe euch auch. Verdammter Mist. So. Bist du fertig? Ja. Hast du mitgehört? Ähm. Du hast mitgehört. Ich habe ja gesagt, ich gehe lieber raus. Du wolltest mit deinem Sohn reden. Das wollte ich auch. Tracy ist nun mal seine Mutter. Ich liebe dich auch. Na super. Ich habe gesagt, ich liebe euch. Ich meinte James. Tracy ist seine Mutter. Er versteht das doch alles nicht. Jetzt muss ich noch was trinken. Was hast du erwartet, was man so bespricht mit seiner Familie als... Als was? Als Fremdgänger? Als Vater. Puh. Das fängt ja gut an. Komm schon. Wir stoßen erst mal an. Ich wollte mich entschuldigen. Wofür denn? Ich würde genauso reagieren. Ich bin hier der... Du weißt schon. Der Mistkerl? Genau. Bist du überhaupt nicht. Man kann nicht sein Leben ändern, ohne jemandem wehzutun. Es ist immer hart. Ich will meinem Kind nicht wehtun. Verstehst du? Natürlich. Eigentlich bin ich ja auch nur neidisch. Ich hätte auch gerne ein Kind. Hm. Und du? Willst du noch mehr Kinder? Ich weiß nicht. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn Tracy und ich kein Kind bekommen hätten. Guck nicht so. Ich weiß, wie das klingt. Die Umstände von James' Geburt. Das war alles furchtbar. Der Unfall. Tracys Narbe. Und... Ich weiß auch nicht. Ich habe nie einen Draht zu James gefunden. Manchmal denke ich, er ist gar nicht mein Sohn. Als hätte sie ihn mir untergeschoben. Das klingt wirklich furchtbar. Weiß James das? Um Gottes Willen. Nein. Vielleicht spürt er es. Was war das denn? Hallo, Betty. Komm, kleiner Roboter. John! Mist. Hi, Amy. Hör mal, es war ein wirklich schöner Tag mit dir, aber gerade passt es ganz schlecht. Ah. Na gut. Versuch's einfach später nochmal. Ich liebe dich. Ich bin's. Deine Frau, Richard. Tracy. Ja? Was ist mit ihr? Wie steht ihr beide eigentlich zueinander? Wie... Wie meinst du das? Wir sind verheiratet. Versteht ihr euch gut? Einigermaßen. Ich meine, natürlich gibt es auch mal Streit, aber das ist doch normal. Verstehe. Weißt du irgendwas über diese Frau? Wo sie herkommt, meine ich? Ihre Vergangenheit? Nein, keine Ahnung. Okay. Hat das jetzt irgendwas mit meinem Sohn zu tun? Tut mir leid, ich war nur neugierig. Diese Simulationen sind wirklich intensiv. Das hilft mir alles nicht weiter, Adam. Sagen Sie, Richard, Sie hatten beruflich mit Lydia zu tun, richtig? Ja, genau. Wieso? Ich dachte nur, sie hat von Ihnen erzählt. Aha. Was hat sie denn erzählt? Oh, dass Sie ein berühmter Journalist sind und so weiter. Naja, berühmt. Aber ja, deswegen hat sie sich bei mir gemeldet. Gibt's ein Problem damit? Nein, ganz und gar nicht. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Ein Mitarbeiter von World Union Lawyers steht Ihnen in wenigen Augenblicken zur Verfügung. Sie werden verbunden. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Ein Mitarbeiter von World Union Lawyers steht Ihnen in wenigen Augenblicken zur Verfügung. Sie werden verbunden. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Ein Mitarbeiter von World Union Lawyers steht Ihnen in wenigen Augenblicken zur Verfügung. Sie werden verbunden. Sie werden verbunden. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Ein Mitarbeiter von World Union Lawyers steht Ihnen in wenigen Augenblicken zur Verfügung. Sie werden verbunden. Sie werden verbunden. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Ein Mitarbeiter von World Union Lawyers steht Ihnen in wenigen Augenblicken zur Verfügung. Sie werden verbunden. Sie werden verbunden. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Ein Mitarbeiter von World Union Lawyers steht Ihnen in wenigen Augenblicken zur Verfügung. Sie werden verbunden. Sie werden verbunden. Ein Mitarbeiter von World Union Lawyers steht Ihnen in wenigen Augenblicken zur Verfügung. Ich bin's, Richard. Bist du weitergekommen? Wie ist es gelaufen? Ich glaube, diese Daten waren beschädigt. Sie wurden einfach unterbrochen. Hm. Konntest du irgendwas sehen? Da waren zwei Frauen. Eine Straße, ein Apartment. Zwei Frauen? Wie sahen sie aus? Haben sie ihren Namen gesagt? Die eine hieß Lydia. Lydia? Du kennst sie nicht, wahr? Ich kenne eine Lydia, ja. Was hast du sonst doch gesehen? Hast du noch irgendwas gesehen? Irgendeinen Hinweis auf James? Nein. Such weiter. Schick mir mehr Daten. Also gut, Richard. Ich bin's, ich bin's, ich bin's, nicht mehr hieß. Nei, ich bin's, ich bin's. Wir müssen uns aufhören. Ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's. Sally. Meine Frau. Amy. Ja, Amy. Hat sie dir spezielle Aufgaben gegeben? Ich helfe, John. Abgesehen davon. Hast du einen besonderen Wunsch, Adam? Ich muss mit jemandem reden. Ich muss das alles... Ich brauche... Du bist verwirrt, Adam. Du solltest mit deinem Arzt, Dr. Sykes... Nein. Dr. Sykes ist... Ich will mit dir reden. Ich brauche Informationen. Im Bot-Netzwerk... Ähm... Gibt es da irgendwas zu einem Richard... Richard Nolan? Nein, Sir. Was ist mit seinem Sohn, James Nolan? James. Es tut mir leid. Der Zugang zu dir... ...zu diesen Daten ist gesperrt. Gesperrt? Von wem? Es tut mir leid. Der Zugang ist gesperrt. Möchten Sie persönliche Einstellungen vornehmen, um meine Lern- und Leistungsfähigkeit... Nicht jetzt. Adam? Habe ich etwas Falsches gesagt? Nein, nein. Ich habe nur Kopfschmerzen. Sie sollten mit... Ich weiß. Ich sollte mit meinem Arzt sprechen. Und Richards Frau. Tracy Nolan. Tracy. Nolan. Tracy Nolan, ja. Fotomodell! Station Avatar von... Urs- Beim Ihr Gesicht etstellt wurde Herbert 2048 Sally? Sally? Hey. Sally, hörst du mich? Es tut mir so leid. Sieh zu, dass du in Ordnung kommst. Es tut mir so leid. John? Nein, ich bin's. Adam, endlich seh ich dich mal. Hallo, Dad. Ich freu mich. Geht es dir gut? John sagt, du hattest einen Unfall. Vor drei Tagen. Und dann meldest du dich gar nicht? Ich bin gerade ziemlich beschäftigt. Ich hab seit Ewigkeiten nichts von dir gehört, Adam. Tut mir leid. Und? Weiter? Was weiter? Na, wie geht es dir, Dad? Ausgezeichnet, mein Sohn. Das freut mich, Dad. Nein, ist gut. Ich will mich nicht aufregen. Also, was gibt's Neues? Du wurdest befördert, hab ich gehört. Das ist doch toll. Warum erzählst du sowas nicht? Dad. Nein, wirklich, Adam. Ich bin stolz auf dich. Also, ich verstehe ja nicht, was du da überhaupt machst, aber... Dad. Ja, wärst du natürlich Chemiker geworden, aber... Wahrscheinlich war dir das zu langweilig. Tut mir leid. Das war wieder so ein dummer Satz von mir. Ehrlich, ich bin froh, dass die Eiszeit zwischen uns endlich vorbei ist. Es gibt keine Eiszeit. Du bist... Du bist tot. Das ist nicht komisch, Adam. Ich muss jetzt Schluss machen. Warte doch mal. Mach's gut, Dad. Du kannst doch nicht sowas sagen und dann einfach verschwinden. Memory Lane. Wo deine Vorfahren überdauern. Adam? Wir müssen uns unterhalten. Ja, wie das? Ich bin doch tot, oder... Habe ich das falsch verstanden? Hör zu. Nein, nein, okay. Ich bin also tot. Seit zweieinhalb Jahren. Bemerkenswert, dass wir dann hier miteinander reden. Oder nicht? Was bin ich? Ein Geist? Das ist nicht so leicht zu erklären. Okay. Hör zu, Adam. Lass mich dir helfen. Ich weiß, wir hatten unsere Meinungsverschiedenheiten. Aber wenn du Probleme hast, persönliche oder mit dem Kleinen zum Beispiel... Ach, was denn für Probleme? Warum glauben eigentlich alle, dass ich mit John nicht zurechtkomme? Das sagt doch niemand. Reg dich nicht immer gleich auf. Niemand sagt, dass du ein schlechter Vater bist. Aber vielleicht hat es einen Grund, warum John lieber mit mir redet. Oder mit seiner neuen Nanny. Ich will dir nur helfen. John ist ein hochintelligenter Junge. Ich glaube, dass aus ihm mal was Großes werden kann. Neulich bin ich mit ihm das Periodensystem durchgegangen. Er kannte schon alle Elemente, inklusive Abkürzung. Dich hat das ja nie interessiert. Jedenfalls werde ich nicht zusehen, wie mein Enkel seine Talente verschwendet. So wie ich, oder was? Es geht hier nicht um dich, Adam. John ist in einem wichtigen Alter. Einem sehr formbaren Alter. Und du... Und du manipulierst ihn. Das ist doch Unsinn. Ich will nur nicht, dass er unglücklich wird. Weil ich so ein schlechter Einfluss bin, ja? Du legst mir Worte in den Mund. Versteh das nicht falsch, ja? Aber ich möchte nicht, dass du dich weiter mit John unterhältst. Ich bin sein Großvater. Ich rede mit ihm so viel ich will. Du warst sein Großvater. John muss lernen, was Leben und Tod bedeuten. Und du bist keine Hilfe. Ich verstehe kein Wort, Adam. Warst du mal beim Arzt? Amy hat gesagt... Versprich mir einfach, dass du nicht mehr mit John redest. Du kannst mir das nicht verbieten. Versprich es mir. Wir drehen uns im Kreis. Wie immer. Möchtest du Peter Newman wirklich aus der Datenbank entfernen? Ich kann Such. Ichbe de 하�gegen. Sie bin nicht mehr.